Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs partizipieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Partizipiert, partizipierte, hat partizipiert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich partizipiere. Du partizipierst. Er partizipiert. Wir partizipieren. Er partizipiert. Sie partizipieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich partizipierte. Du partizipiertest. Er partizipierte. Wir partizipierten. Ihr partizipiertet. Sie partizipierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe partizipiert. Ich habe partizipiert. Du hast partizipiert. Er hat partizipiert. Wir haben partizipiert. Ihr habt partizipiert. Sie haben partizipiert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich partizipiert. Du partizipierst. Er partizipiere. Wir partizipieren. Ihr partizipiert. Sie partizipieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich partizipierte. Du partizipiertest. Er partizipierte. Wir partizipierten. Ihr partizipiertet. Sie partizipierten. Den Schluss macht der Imperativ. Partizipiere du. Partizipieren wir. Partizipiert ihr. Partizipieren sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb partizipieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.